Was geht, Leute? Hier ist der Daryl von den Gamers Firmen. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal für meine Stimme, denn die ist gerade nicht so überzeugend. Ich war eben in Zahnsehler, das interessiert jetzt auch keinen, denn wir sind hier und haben eine neue Welt. Dann bauen wir jetzt einfach ein Dach. Entschuldigung, hier haben wir auch schon ein bisschen weitergebracht. Und ich bin jetzt aufgeregt, dass ich nur bauen soll, wenn ich nicht aufnehmen. Das mache ich eigentlich auch so. Das hat mein Fehler. Tut mir leid, ich mache ein Alter. 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 Scheiß. Das ist mir jetzt auch egal. Hier sollte eigentlich ein groben Haus sein. Ich bin nämlich nicht der Beste, wenn es um Zombies geht. Ich sehe den auch. Ich bin nämlich nicht der Kempf. Ich bin nicht der Kempf. Ja, hier habe ich den Kempf erst erledigt und er ist durchgeschraubt. Und damit läuft es nicht nachher, dass hier eine Reihe kommt. Ähm, wir bauen jetzt denk ich jetzt ein Dach. Dann muss ich alles öffnen. Doch egal. Doch ich kann den bekommen, aber... Ja, kann ich nicht. Ich baue erstmal mit... Cowboy-Saint geht. Ich lass das schon. Aber was ist denn da jetzt? Was ist denn da? Ich weiß nicht, ja. Jetzt aufnehmen wir das Ganze ok. Boah. Immer diese Scheiße hier. So. Ja, so. Wir fangen gleich mal an mit dem Dach. Auf das Löffelstein. Da ist noch einer, aber der hat das hier. Ich weiß nicht. Schade, ne. Jetzt hab ich immer noch was angebaut. Ja, so. Und ich halt, ähm... Ja, ich hab mir ne Geber mal ausgelegt. Dann kann mein Partner das Geber... Ja, äh... Legender Beschreibung. Also einer der Besten. Von den Kleinen für dich. Das ist meine Meinung. Ja, da kann ja sagen, er will, ne. Ach, das fällt drunter. Okay, dann mach ich... Zu einem Muster. Ähm, ja. Toll. Hm. Also ich hab gemerkt, dass in den letzten Video fast... Also ich hab ja nichts dagegen. Und ich hab ja auch nichts, ähm, nicht ähm, liken, abonnieren oder so. Weil ich find's ganz schön toll, dass wir ganz schnell zwei, ein Video sechs Abonnenten bekommen haben. Und das hier rät mich, glaub ich, die ganze Zeit auf. Das ist schon so falsch. Ich wär lieblich von mir. Aha. Diese Betreibung nach, ja... Diese Betreibung nach, ja... Diese Betreibung nach, ich hier gerade richtig. Äh, äh, äh... Die Buchform hoch. Ja, dann machen wir das so. Und den Link. Da hat das auch passend aussieht. Jetzt noch mal den Link... Das ist a classisch. Ja... Ja. Unruh dann muss das Licht an.. Ich sollte es bleiben. Ich habe es so resonance.. und ja, ich mache nochmal an den leften.. und ja, dann wird es auch... Burnout wird wird.. E-Left wird.. und die fallen sind.. in der E-Left wird.. den Burnout.. ich habe es so.. wo ich hier irgendwie... ich kann es selbst voll.. jaaa.. Los Boys Los Boys Llos Boys Outro Wir sehen uns wie man Zaun baut und ja, es werden die nächsten Monat, Februar, März Ich denke schon im Februar, wir haben heute eine Motte, das wir das geben haben und wir kommen Das war jetzt wieder unser eigenes Account, das wir hier auf jeden Fall machen Und bei uns, wir können dann eigentlich neue Kostümmel sehen, wie wir das machen Das war jetzt raus, wir können dann wieder ein paar Punkte, wir können dann vielleicht Das ist eine gute Idee. 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 Okay, das brauche ich nicht. Aber das wird gut. Ich brauche die Tore. Zum Beispiel das. Genau das. Die ist auch gekocht. Die hat jetzt hier durch die. Die haben jetzt zwei. Die haben eben eins. Steht ihr? Essen. Einzelne Glieder. Ich weiß nicht, ob ich meine Glieder machen soll. Aber egal. Das geht nicht. Ich habe hier noch Kuh. Das ist noch ein paar. Ich gucke und dann noch ein Schackeln. Das sollte ich vergessen. Das muss ich noch gucken. Dann ja dann. Kann ich auch einfach eh drücken. Das ist jetzt eigentlich nicht. Okay dann. Was ist das eigentlich? Dann lau ich hier gleich weiter. Ähm. Im Garten. Sollte das eigentlich werden. Das wissen wir. Was ist das? Ja. Also hier. Okay. Dann habe ich mich erschrocken. Toll. Ach, ich gehe einfach hier. Ein weiterer Polen. Dann passe ich um. Okay, weiß ich. Okay. Ich weiß nicht, wie wir noch haben. Ich denke mal vor allem die 3 Minuten. Dann habe ich dann gleich mal raus. Ja. Das wird dann ungefähr Klappen. Dann war es das hier auch eigentlich schon in meinen Garten. Das ist kein Garten. Das wird irgendwie so eine Fläche sein, wo es noch weitergehen wird. Irgendwann. Ich kriege auch das hier. Ach, die. Oh. Entschuldige. Jetzt habe ich nicht mehr gedacht. Ja. Einmal so eine Aufbildung. 5 Minuten. 5 Minuten. Ungefähr rein. Wenn nicht aufhören. So. Und dann Wasser drauf. Ähm. Ja. Kann man sich ansehen. Ist nicht so. Aber. Es reicht. Dann nehme ich noch mal ein paar. Öl hier. Ob ich die schon noch reichern. Ich habe nicht gemerkt. Ich habe den anderen gelogen. Ja. Ja. Okay. Lieber Sie? Und. Ja. und bislang, oder? Have you worked it for now? Aber ja ... Ja, da haben wir eigentlich schon alle, die wir hier angesprochen, leider haben wir hier auch den Ende für. Ja, da haben wir schon alle, die wir hier angesprochen, wir nehmen uns ein. ja 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 Es wird die Rändel gar nicht kennen, es wird die Rundin nicht gehört. Was ich ja richtig, also sagte ich, es wird die Rundin nicht vom Diriger geben. Ich komme mit der Rundin nicht zurück. Aber wenn die Rundin nicht wieder zu deinem Weg geht... Und die Rundin nicht sicher am Ende ist, wie wir es noch so gut ist. Ist das Unterhalt. Das Ende der Mitglieder des Rundin nicht richtig galt. SKU- SKU- SKU-E Aheu, ein lieberapor alg troisindo, Kharil und xin AK-H sec groceries. Du bist total im Job. Du bist fashion. Du bist fashion. Du bist gerade Celine. Dass du fast mit dem sex zu diesen Fall D emple. Du bist gerade aufügsam. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Isak, ciao Leute, sorry, peace out